Das ist ein Kletterpipfel, oder? Ja, das ist ein Kletterpipfel. Da wird die Dinger raufgekommen. Nein, die Kletterstrecke vorne raufgekommen. Nein, aber die Kletterriken kommen da rauf. Schau doch überall gleich aus, oder? Schau doch überall gleich aus, oder? Ja, damit will man schon rüber. Jetzt ist es ein Glück, dass wir kein Jager sind. Nein, jetzt werden sie gar nicht. Meinst du, dass sie zu 18? Ja, jetzt gibt es ja wieder das Fisch und das ganze Zellfleisch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.